Der Hauptteil beinhaltet die inhaltliche Botschaft von deinem Referat. Dort versuchst du deine Gedankengänge transparent zu machen. Das machst du einerseits mit Hilfe des Manuskriptes und andererseits mit Anschauungshilfen. Das Manuskript dient dir eigener Unterstützung. Es bildet das Rückgrat von deinem Referat und verhindert, dass du den Faden verlierst. Anschauungshilfen mit deiner Orientierung, für Überraschung sorgen und Prioritäten arbeiten. So bekommst du die Aufmerksamkeit des Publikums. Dazu kommt, dass Sachen, die über mehrere Sinneskanäle vermittelt werden, besser aufgenommen werden. Am besten tust du möglichst wenig Texte auf die Folie, tust du viel für Anschaulichen und redest trotz Manuskript frei. Und denk daran, versuch nicht alles reinzupacken, sondern fokussier dich auf das Wesentliche. Welche Idee soll beim Publikum auchel?